Von meiner Seite aus noch einen schönen guten Nachmittag. Ich begrüße mich ganz herzlich auch im Namen von Markus Pöltenstein und von der Firma Heinzel zu dem heutigen Vortrag von Carlos Martin und wir sind natürlich sehr dankbar, dass wir bei so einem virtuellen Kongress auch die Möglichkeit haben, im Rahmen eines Vortrages präsent zu sein. Zu dem Format des Kongresses haben wir uns ein virtuelles Thema überlegt. Wir sehen es schon an der Präsentation von Herrn Leibinger. Es geht um den IPS-Case-Designer. Den haben wir zu aller erst schon mal vor vier Jahren in Bad Ruckersheim präsentiert. Seitdem hat es zwei reiche Updates mit vielen neuen Funktionen gegeben. Was gleich geblieben ist, ist die anderfreundliche Benutzeroberfläche. Und im vergangenen Jahr hat es ein ganz großes Update mit einer neuen Lösung gegeben. Es gibt jetzt den IPS-Case-Designer 2. Welche Funktionen dieser nun mitbringt, das präsentiert Ihnen Hannes Leibinger von Carlos Martin. Viel Spaß dabei. Dankeschön. Danke, Martin. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf auch Sie im Namen von Carlos Martin hier heute recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Hannes Leibinger. Ich bin Junior-Produktspitalist für den IPS-Case-Designer und freue mich wirklich sehr, Ihnen heute den IPS-Case-Designer, seine Neuigkeiten, sowie die virtuelle Inklusion im IPS-Case-Designer vorstellen zu dürfen. In Bezug darauf steht der heutige Vortrag heute unter dem Titel IPS-Case-Designer ein Update in virtueller 3D-Planung vom automatischen Case-Report bis zur virtuellen Inklusion. Sollten Sie während des Vortrags irgendwelche Fragen haben, können Sie diese gern jederzeit im Chat stellen. Mein Kollege Affen Riedle wird Ihnen diese sofort im Chat beantworten oder wir kommen dann zum späteren Zeitpunkt dazu. Ja, zu Beginn des Vortrags möchte ich einfach kurz sicherstellen, dass diejenigen, welche den IPS-Case-Designer nicht kennen, einen kurzen Überblick erhalten. Danach werde ich dann auf die Neuigkeiten seit dem Update 2.1 weiter eingehen, bevor ich dann auf die virtuelle Inklusion näher eingehe. Und zu guter Letzt möchte ich noch gerne eine interaktive Umfrage an Sie richten. Nun, was ist denn der IPS-Case-Designer denn genau? Beim IPS-Case-Designer handelt es sich um eine Software, mit der die virtuelle 3D-Planung Orthognato-Eingriffe zu realisieren ist. Und hierbei werden dank flexibler Software-Tools die Planung sowie die Simulation chirurgischer Eingriffe wirklich sehr effizient und zuverlässig. Der Anwender wird hierbei durch einen wirklich sehr intuitiven und direkten Ansatz Schritt für Schritt durch die Planung geführt und gelangt so zum gewünschten Ergebnis. Durch diese intuitive Bedienung und dem selbsterklärenden Planungsablauf haben Sie als Anwender einen deutlich kürzeren Planungsablauf. Ja, mit dem IPS-Case-Designer ist es unter anderem möglich, den zentralen Punkt der orthognaten Fallplanung die Schlussbestellung mit einzubinden. Und hierbei ist es komplett Ihnen als Anwender überlassen, ob Sie diese klassisch am Gipsenmodell planen und am Artikulator und dann mit in die virtuelle Planung integrieren oder ob Sie die Zielbestellung in der Software virtuell simulieren. Wie genau die virtuelle Diskussion funktioniert, werde ich Ihnen aber später ein bisschen aufzeigen. Frau Ebinger, entschuldigen Sie bitte die Unterbrechung. Sie haben einen Dialog in Ihrer Präsentation rechts oben offen, den sehen wir nur als graues Kasterl. Entschuldigen Sie, Frau Marz. Sehen Sie das alles? Jetzt ist es wunderschön. Ja, zudem lässt sich mit dem IPS-Case-Designer auch die Simulation des Weichgewebes mühlos und auch in Echtzeit umsetzen. Und ein optionaler Import eines realitätsgetreuen 2D-Patientenfotos sorgt für eine wirklich verblüffende Darstellung. Wie Sie hier rechts im Bild auch sehr schön sehen können. Hier wird das Weichgewebe dann mit jeder knüchernen Bewegung live simuliert. Und somit sieht der Anwender, wie sich eine bestimmte knüchterne Bewegung auf das Weichgewebe auswirkt. Dazu kann dem Patienten gezeigt werden, was für Auswirkungen solch eine OP auf sein Aussehen hat. Und der Patient kann sich natürlich somit viel besser mit dem Eingriff identifizieren. Des Weiteren können auch Osteotomien durch eine virtuelle und dreidimensionale Planung mit dem IPS-Case-Designer sehr detailliert und mit Rücksicht auf jegliche Besonderheiten erstellt werden. Die einzelnen Osteotomien sind hier durch eine übersichtliche Schritt-für-Schritt-Anleitung mit wenigen Klicks erstellt und auch jederzeit anpassbar. Unter anderem ist es aber auch möglich, mit Hilfe von diagnostischen Werkzeugen, wie zum Beispiel einer digitalen kephalometrischen Analyse, aber auch standardisierte Messungen und eigene Analysen mit sehr geringem Aufwand durchzuführen. Diese dann anschließend mit den Ausgangswerten zu vergleichen und dann mit Schritt-für-Schritt zu Ihrem gewünschten Ergebnis zu gelangen. Hier sehen Sie sehr gut, wie nach dem Durchführen einer kephalometrischen Analyse und anschließenden knöchernen Bewegungen bestimmte Messungen, wie zum Beispiel hier der SNA- und SMB-Winkel, sich leicht verändern und wie sich diese im Gegensatz zu der präoperativen Situation auch verändert haben. So kann sich der Anwender Schritt-für-Schritt einem gewünschten Wert annähern. Diese Möglichkeit führt natürlich zu einem erheblichen Mehrwert in der Patientendiagnostik und einer präziseren OP-Vorbereitung. Anschließend werden dann auf Basis Ihrer Planung die benötigten Splints erstellt und stellen hier die grundlegende Verbindung zwischen der Simulation in der Software und der Umsetzung an Patienten dar und haben somit entscheidenden Einfluss auf das Behandlungsergebnis. Und hierbei haben Sie durch einen möglichen Export der Splint-Dateien die Möglichkeit, einen komplett selbstständigen Inhouse-Workflow von der Planung bis zur Splint-Produktion zu haben. Nun, was hat sich aber im IFA Space Designer seit dem Update 2.1 getan? Also im Bereich des Splint-Designs ist es dem Anwender nun möglich, eine buktale Verlängerung dem Splint hinzuzufügen und somit auch Drahtlöfe zu planen. Sobald Sie auf buktale Extension einfügen klicken, öffnet sich hierfür ein weiteres Fenster und Sie können per Mausblick definieren, an welcher Stelle Sie Ihre Drahtlöcher positionieren wollen. Hierbei empfehlen wir die untere und die obere Ansicht hier im rechten Bildabschnitt, um anhand des Zahnbogens eine optimale Definition der Drahtlöcher zu gewährleisten. Während die Drahtlöcher hier hinzugefügt werden, erstellt das Programm gleichzeitig Zylinder, wie Sie hier im linken Bildabschnitt sehen können. Diese können per Klick auf die Endpunkte gelöscht werden oder auch der Winkel dann dabei verändert werden. Zudem können Sie dem Splint einen Tag, also ein Abzeichen, mit I für den Zwischensplint und mit F für den finalen Splint hinzufügen, um diese im OP dann nicht zu vertauschen. Diese Tags sind in den Splint eingelassen, wie man hier etwas sehen kann. Des Weiteren haben wir auch die Möglichkeit, auf dem Splint Etikett zwischen der lingualen Brücke beispielsweise den Namen oder eine spezielle Patienten-ID einzugeben. Hierbei sind die Buchstaben aber nicht in den Splint eingelassen, sondern entstehen etwas heraus. Wenn Sie diese Funktion aber nicht wünschen, kann es jederzeit in den allgemeinen Einstellungen abgewählt werden. Zusätzlich gibt es auch bei den allgemeinen Planungsfunktionen Erneuerungen. Seit dem Update lassen sich hier bereits durchgeführte Osteotomien auch ganz einfach entfernen. Hierfür wählen Sie einfach unter dem Reiter Patient das gewünschte Modell, wie zum Beispiel hier das Kinn aus, bei dem Sie die Osteotomie entfernen wollen. Und über den Klick des Ellipsen-Symbols haben Sie nun die Möglichkeit, die Osteotomie zu entfernen. Zudem lässt sich auch seit Neuestem der Rotationspunkt des Unterkiefers anpassen. Dies war bisher leider nur für den Oberkiefer möglich. Auch wenn Sie jetzt Ihre knöchernen Bewegungen unterkieferbasiert durchführen wollen, haben Sie nun unter dem Reiter Eingriff die Möglichkeit, das Ellipsen-Symbol hier auszuwählen und überdies den Rotationspunkt des Unterkiefers anzupassen. Hierfür öffnet sich dann hier das separate Fenster und Sie können den Rotationspunkt nach Ihren Wünschen zum Beispiel hier auf den Integralpunkt setzen. Zudem ist es aber auch möglich, mit dieser Funktion stufenweise transatorische und rotatorische Bewegungen nacheinander zu kombinieren und jederzeit auch den Rotationspunkt erneut anzupassen und diesen beispielsweise hier vom Integralpunkt auf den rechten Sechser zu ziehen. Bei mehreren rotatorischen Bewegungen werden Ihnen in den rot umrannten Feldern nur die Werte der letzten rotatorischen Bewegungen wiedergegeben, aber nicht die Summe aller Bewegungen. Die endgültigen Bewegungen werden Ihnen aber später in einem automatischen Case-Report zu mir dargestellt. Wie ich es gerade schon angesprochen habe, haben wir nun auch die Möglichkeit, einen automatischen Case-Report zu generieren, bei dem Sie optional Screenshots mit einfügen können. Hierfür haben Sie während der Planung die Möglichkeit, in jedem Fenster der Planung ein Screenshot unter dem Dropdown-Menü zu erstellen. Danach haben Sie dann die Möglichkeit, diesen Screenshot lokal abzuspeichern und auch in Ihren automatischen Case-Report mit einzufügen. Unter dem Reizer-Bericht lassen sich die von Ihnen die Screenshots verwalten und im Nachhinein auch einfach löschen. Und für die lokale Abspeicherung haben wir die Möglichkeit, unter den allgemeinen Einstellungen den Speicherort auszuwählen, unter dem Sie die Screenshots lokal auf Ihrem PC abspeichern wollen. Wie ich bereits eben kurz angesprochen habe, ist es nun auch möglich, einen automatischen Case-Report zu generieren, bei dem Sie genau diese Screenshots einfügen. Dieser Case-Report lässt sich im Hauptmenü unter Bericht erstellen nun generieren und Sie haben hier die Auswahl aus drei unterschiedlichen Case-Report-Arten. Den einfachen Bericht, einen erweiternden Bericht und einen benutzerdefinierten Bericht. Nachdem Sie hier auf Bericht exportieren geklickt haben, wird der Case-Report generiert und anschließend geöffnet. Hier sehen Sie gerade zum Beispiel einen kurzen Auszug aus dem erweiternden Bericht. Auf die jeweiligen Inhalte werde ich aber gleich nochmal genauer darauf eingehen. Der einfache Bericht hat einen Umfang von ca. 24 Seiten und beinhaltet unter anderem die präoperative und die finale Position, die finale Zieloklusion, sowie die maxilläre und die mandibuläre Analyse. Des Weiteren beinhaltet er die Weichgewebsbewegungen, sowie eine Tabelle aller knüchernen Bewegungen und optional natürlich die Screenshots, die von Ihnen aufgenommen wurden. Der erweiterte Bericht hat einen Umfang von ca. 37 Seiten und beinhaltet den Inhalt des einfachen Berichts und zusätzlich die frontale und die laterale Ansicht von Knochen, der transparenten Haut und dem 3D-Bild und eigene sowie kephalometrische Messungen. Beim benutzerdefinierten Bericht handelt es sich um einen einfacheren Bericht oder um einen erweiterten Bericht, der von Ihnen angepasst wurde und auf Basis dieser Anpassung wird der benutzerdefinierte Bericht jedes Mal erstellt und hier zum Beispiel die von Ihnen angepasste Ansicht oder zum Beispiel die gelöschte Ansicht wiedergegeben. Ja, das sind jetzt die Neuerungen des letzten Updates des IPS-Case-Designer, aber das wirklich große neue Future fehlt uns hier noch und das würde ich Ihnen gerne vorstellen. Und hierbei handelt es sich um die virtuelle Okklusion im IPS-Case-Designer. Ja, aber wie genau funktioniert denn solch eine virtuelle Okklusion oder hier bei uns im IPS-Case-Designer? Mit Hilfe dieser Funktion ist es nun möglich, auf Basis eines validierten Algorithmus die Ziel-Okklusion virtuell einzustellen und einen voll digitalen Workflow zu haben. Insofern benötigen Sie keine IPS-Modelle mehr, wenn Sie hierbei einen Intra-Ural-Scanner benutzen, was natürlich zu einer Kosteneinsparung hinsichtlich Materialkosten und zeitlichem Aufwand mit sich bringt. Sollten Sie aber weiterhin mit IPS-Modellen arbeiten, ist es hier auch möglich, die virtuelle Okklusion auf Basis der Scans der IPS-Modelle durchzuführen. Da Ihnen aber bei der rein virtuellen Okklusion das haptische Feedback der klassischen Gips-Modelle hier nicht gegeben ist, bietet Ihnen der IPS-Case-Designer ein unterstützendes Hilfsmittel in Form eines Okklusogramms. Mit Hilfe dessen können Sie einfach sehen, ob beispielsweise in einem bestimmten Bereich Frühkontakt besteht oder ob zu viel Kontakt vorliegt und können dies dann im Nachhinein manuell anpassen. Zudem ist es mit dem Tool der virtuellen Okklusion auch möglich, eine virtuelle Anpassung der von Ihnen haptisch eingestellten Ziel-Okklusion am Gips-Modell vorzunehmen, wenn Sie zum Beispiel nicht mit einem Intra-Ora-Scanner arbeiten. Ich würde Ihnen das aber sehr gerne im IPS-Case-Designer direkt demonstrieren. Um die virtuelle Okklusion hier im IPS-Case-Designer zu starten, klicken Sie unter dem Reizer Eingriff auf virtuelle Okklusion. Danach fragt das Programm, ob Sie die virtuelle Okklusion auf Basis der OP-Modelle, also auf Basis der separaten Scans von Ober- und Unterkiefer oder auf Basis der bereits eingeladenen Okklusion der Gips-Modelle durchführen wollen. Klicken Sie hierfür für die virtuelle Okklusion auch OP-Modelle. Hierbei wird dann im Anschluss ein Algorithmus angewandt, der als Basis sechs Orientierungspunkte zur Hilfe nimmt. Dafür gibt Ihnen ein in der Software integrierter Assistenten zunächst Anweisungen, welcher Punkt Sie wann und wo sitzen müssen. Auf dem Oberkiefer sind das der mesopalatinale Höcker des ersten oberen rechten Molaren, gefolgt vom mesopalatinalen Höcker des ersten linken Molaren. Danach ist es die Mittellinie zwischen den oberen Schneidezählen in der palatinalen Region. Auf dem Unterkiefer sind es dann die Mittellinie zwischen den Schneidezählen jedoch hier in der Bukanregion, gefolgt von der zentralen Fossa der ersten unteren Molaren rechts und zuletzt die Fossa des linken ersten Molaren. Sobald Sie hier den letzten Punkt gesetzt haben, findet der Algorithmus Anwendung und setzt die beiden Kiefer zur Zielokklusion zusammen. Danach erhalten Sie als Anwender ein Oklusogramm, das einem anzeigt, in welchem Zahmbereich wie viel Abstand vorliegt, wie ich es bereits gesagt habe. Und diese Abstände sind hier metrisch nach Farben skaliert. Somit bedeutet rot, dass ein Frühkontakt von ca. minus 2 mm besteht und blau bedeutet, dass ein Abstand von 2 mm vorliegt. Somit bedeutet eine gelbe Verfärbung Kontakt im Abstand von ca. 0 mm. Sollte Ihnen im Anschluss die von der Software vorgeschlagene Oklusion jedoch nicht gefallen, können Sie aber mit transatorischen wie auch rotatorischen Bewegungen die Zielokklusion Schritt für Schritt per Click & Track oder per Eingabe eines Wörtes anpassen. Danach wird jede Bewegung im Oklusogramm wieder leicht aktualisiert. Ist anschließend die Zielokklusion soweit in Ordnung, passt jedoch in einem bestimmten Zahnbereich nicht. Aufgrund von zu viel Kontakt kann über das Werkzeug Schleifen in diesem Zahnbereich geschliffen werden, wie Sie hier eigentlich sehr gut sehen können. Sollten Sie aber auch weiterhin mit den klassischen Gipsmüllern und deren Gens arbeiten, können Sie die von Ihnen haptisch eingestellte Oklusion auch virtuell anpassen. Wenn die Gipsmüllereien beispielsweise heruntergefallen sind oder im Nachhinein eine Verbesserung vorgenommen werden muss, wählen Sie hierfür zunächst die Geladienoklusion als Startpunkt. Hierfür müssen Sie dann im Anschluss jedoch keine Orientierungspunkte mehr setzen, um den Oberkiefer und den Unterkiefer in die Zieloklusion zu bringen. Die Software erkennt hier automatisch die definierte Zieloklusion und visualisiert die Abstände hier im Oklusogramm. Im Falle eines segmentierten Oberkiefers funktioniert der Algorithmus jedoch nicht in diesem Ausmaß. Sie haben hier aber die Möglichkeit, die virtuelle Oklusion soweit durchzuführen, dass Sie jedes Oberkiefersegment separat entweder rotieren oder verschieben. Und so kommen Sie Schritt für Schritt zu Ihrer gewünschten Zieloklusion. Ja, das waren bzw. das sind die grundlegenden Funktionen der virtuellen Oklusion im IPS Case Designer. Und basierend darauf möchte ich gerne eine interaktive Umfrage an Sie werfen oder Ihnen zuwerfen. Da die Frage hierbei interaktiv ist, bitte ich Sie hierfür vielleicht Ihr Smartphone oder Ihr Tablet bereit zu halten, falls es möglich ist, um hierbei leicht abzustimmen. Ja, die Frage von mir an Sie lautet, wie ich freue. Nutzen Sie das technische Hilfsmittel der virtuellen Oklusion bereits in Ihrer Orthognadenplanung? Ich bitte Sie hierfür, den QR-Code mit Ihrer Kamera zu scannen. Anschließend gelangen Sie zu der Umfrage, bei der Sie diese Antworten hier auswählen können. Bei denjenigen, bei denen der QR-Code nicht funktioniert, bitte ich auf slido.com zu gehen und dort den Code 9253 einzugeben. Im Anschluss sehen wir dann live, wie viele von Ihnen welche Meinung dazu haben. So, die ersten Antworten todeln ein, aber ich würde sagen, wir warten noch einen kurzen Moment. Okay. Ja, aktuell haben jetzt 19 Teilnehmer von Ihnen abgestimmt und ich denke, wir können mit diesem Ergebnis hier jetzt mal fortschreiten. 20% von Ihnen sagen, dass Sie aktuell nicht mit solchen Hilfsmitteln arbeiten. Sehr gerne kann sich jemand von Ihnen dazu melden, warum Sie aktuell nicht mit solchen Hilfsmitteln arbeiten und vielleicht auch sagen, warum Sie dies aktuell nicht machen, wenn Sie das gerne wollen. Wenn Sie etwas sagen wollen, klicken Sie hier vielleicht auf Handheben, sodass Ihr Mikrofon freigeschaltet werden kann. Ich würde es sehr freuen, wenn sich jemand dazu äußern würde von Ihnen. Es scheint das österreichische Publikum etwas scheu zu sein. Deshalb würde ich vielleicht jemanden darum bitten, der primär solche technischen Hilfsmittel nutzt, vielleicht dazu seine Meinung zu äußern. Okay, ich denke, alle von Ihnen haben jetzt mal so einen groben Überblick, wie Ihre Kollegen aus dem Land so dazu stehen. Und trotz allem würde ich Sie gerne bitten, falls Sie Ihre Meinung nicht jetzt so weiter äußern wollen, aber Fragen haben, können Sie diese jetzt auch gerne stellen, wenn Sie das wollen. Also, ich vermute, dass die Fragen soweit beantwortet wurden von meinem Kollegen, von Achim Riedle. Und wenn Sie keine weiteren Fragen mehr haben und keine mehr offen sind, möchte ich Ihnen mich im Namen von Kales Martin recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Und sollten Sie aber weitere Fragen haben, können Sie sich gerne jederzeit bei mir melden.